Ja, das ist ja meine neue Wohnung jetzt hier. Sehr schön verlegten Laminat. Da habe ich schon meinen neuen Schrank hier so ein bisschen hingestellt, dass ich den dann langsam aufbauen kann. Das ist ja Flur. Wunderbar. Hier ist Bad. Ich kann ja auch nicht durch jetzt so. Das ist meine Küche jetzt hier. Das ist ja mein neuer Schrank. Der ist ja sehr geil, der Schrank. Ja, und ansonsten ist das eigentlich eine recht schöne Wohnung. Schöne Aussicht. Wunderbar. Gut.